Einen wunderschönen guten Tag zu dieser neuen Tech-News und ja, wie ihr seht, trotz 1. Mai gibt es eine neue News. Selbstverständlich, oder? Und ich würde sagen, danke an alle Kanalmitglieder und wir legen direkt los. Internetüberwachung und jetzt haben sie es halt doch geschafft. Eine minimale Vorratsdatenspeicherung wird kommen und zwar die Speicherung von IP-Adressen bei Urheberrechtsverstößen. Na klar, weil man ja auch schon vorher weiß, was eine IP-Adresse an Urheberrecht verstoßen wird, also werden die wahrscheinlich vorsorglich erstmal gespeichert. Und ja, das ist genau derselbe Ansatz wie mit die armen Kinder und so. Ich meine, ich verstehe es, wir sollten die Kinder schützen, aber es wird dann halt auch gerne mal über dieses Ziel hinausgeschossen. Es ist ein schwieriges Thema, muss man ganz ehrlich sein. Aber es gibt noch ein anderes Thema und das handelt natürlich nur um Hardware. Und zwar haben Analysten jetzt so ein bisschen durchgerechnet und haben gesagt, Nvidia wird der absolute Gewinner auf dem AI-Market sein. Die Leute warten schon ganz sehnsüchtig auf Blackwell und ja, das wohl zu Recht. Auch die Vorbestellungen dürften Nvidia schon schmecken und die Analysten prognostizieren für 2024 ein GPU-Umsatz von 40 Milliarden US-Dollar für Nvidia, 3,5 Milliarden US-Dollar für AMD und 500 Millionen US-Dollar für Intel. Ob sich der Markt nochmal neu aufteilen wird, weil vielleicht die Produkte denn doch besser mit Treiber-Updates werden und so, das ist natürlich noch nicht damit integriert, aber schon eine spannende Sache zu sehen, wo der Markt momentan so liegt. Aber gut, kommen wir doch im Allgemeinen mal zu AMD und da gibt es auch ein paar kleine Neuigkeiten. Zwar erstmal nur in China, aber es wird langsam günstiger für den Sockel AM5. Der Hersteller Onda oder UNDA oder ich weiß nicht, wie man das richtig ausspricht, der bringt jetzt ein AM5-Mainboard raus und das wird auch Ryzen 9000 kompatibel sein für umgerechnet knapp 70 Dollar. Also gehen wir mal davon aus, dass das hier verkauft wird, dann würde man wahrscheinlich so um die 110 Euro bezahlen. Und das ist doch schon mal eine ganz vernünftige Ansage. Das Ding verfügt über einen B650-Schipsatz und auch noch einer Spannungswandlung, Kühlung. Ja, warum denn auch nicht? Geht doch auf jeden Fall. Und für die meisten dürfte das wahrscheinlich im Zusammenhang mit einem 7700 oder einem 7800 X3D völlig ausreichen. Und man darf sich auch noch für AMD so ein bisschen freuen, denn es gibt wirklich, wirklich krasse Verkaufszahlen. Und zwar vor allem in Korea. Da hat nämlich AMD mittlerweile einen Marktanteil von 56,5% und Intel 43,5%. Der Stand ist vom 24. Februar. Aber auch trotzdem krass zu sehen, dass sich das langsam mit Intel wirklich rumspricht. Und zu Intel gibt es auch noch mal ein paar neue News und die sind nicht gut. Denn die große Debatte schwillt immer noch zwischen Intel und jetzt auch noch den Mainboard-Herstellern. Denn Intel sagt, dass die Mainboard-Hersteller schuld daran sind, dass die Car-CPUs kaputt gehen. Das ist eine witzige Sache, denn die Car-CPUs sind ja freigeschaltet durch Intel. Also egal, ob es der 13900K oder der 14900K ist, es ist ja so, dass man die übertakten darf. Deswegen sind es ja Car-CPUs. Und dazu kommt aber auch noch, dass Intel jetzt sagt, ja, wir haben aber nie gesagt, dass das Power-Target offen sein soll. Erdrückenderweise kommt auch noch dazu, dass Intel ursprünglich ganz andere Spezifikationen für diese Prozessoren vorgesehen hat, wie mal eine frühe geleakte Folie bewiesen hat. Igor's Lab hat die nämlich jetzt nochmal aufgedeckt und da sieht man wesentlich niedrigere Werte. Da gibt es zwar diese berühmten 253 Watt, aber ursprünglich sollten die 13900K und 14900K-CPUs teilweise nur mit 188 Watt laufen. Dann hat wohl Intel gesehen, oh, naja, wir müssen jetzt wohl dann doch mehr Leistung rausholen, weil die Ryzen-CPUs so stark sind und hat die dann freigegeben. Das Ding ist einfach, die Mainboards können dann theoretisch bis zu 4 Kilowatt pro CPU ziehen. Und ja, das ist natürlich unrealistisch, aber so eine Intel-CPU hat sich dann auch lockerflockig mal 430 Watt gegönnt. Und wir waren ja aus einer Zeit gekommen, wo gerade AMD damit angefangen hat, dass die Ryzen-CPUs, also die großen Varianten wie der 750X, dann auch schnell mal auf 95 Grad gegangen sind. Und deswegen haben wir uns gedacht, bei Intel-CPUs, naja, wenn die jetzt halt auf 100 Grad gehen, das ist halt so bei der neuen CPU-Generation. Das scheint aber nicht ganz der Wahrheit zu entsprechen, denn diese CPU wurde dadurch komplett überlastet und komplett überhitzt. Und jetzt gehen die alle nach und nach kaputt. Selbst mit dem neuen Optimized Profile, was Intel auch nicht so richtig weiß, was das macht, wahrscheinlich wird es nur die PL-States setzen. Naja, damit verliert er erstmal 10% Leistung und dazu kommt auch noch, dass bei einigen Leuten dann trotzdem immer noch Abstürze stattfinden, weil vielleicht die CPUs ihren Lebenszyklus schon beendet haben, weil sie halt völlig über Last liefen. Das ist natürlich eine spannende Sache zu sehen und sollte so nicht passieren. Aber ich gehe mal davon aus, dass Intel einfach im Zugzwang war und gesagt hat, oh, wir müssen irgendwas gegenüber AMD bieten. Und das jetzt mit der Brechstange zu machen und die ist jetzt wirklich mal eine Brechstange, naja, das hat anscheinend nicht funktioniert. Jedenfalls sagt Intel jetzt, naja, indirekt zumindest, wir sind nicht schuld, sondern die Mainboard-Hersteller, die müssen das jetzt ausrollen. Aber das Problem ist ja nicht erst seit den 14er-CPUs bekannt, sondern schon seit den 13ers. Ich denke mal, Intel ist da auch ein bisschen selbst überrascht. Eine gute Neuigkeit gibt es trotzdem noch, denn MSI-Claw-Besitzer, also das heißt von dem Intel-Handheld, die dürfen sich jetzt freuen über neue Treiber und die haben wesentlich höhere Performance, hat man jetzt auch schon getestet und bei einigen Spielen ist da bis zu 20% mehr Performance möglich. Das ändert allerdings nichts an der Verarbeitung von dem Ding, denn die ist immer noch Mist und wird auch Mist bleiben. Auch oben mit Firmware-Updates logischerweise. Aber gut, spannende Sache zu sehen und mal sehen, ob man da nochmal ein Intel-Handheld demnächst rausbringen wird. Grün oder Nvidia halt, wie ihr es haben wollt. Und da gibt es mal wieder ein paar neue Informationen aus dem chinesischen Black Market, also aus dem Schwarzmarkt in China. Denn da gibt es jetzt offizielle Preisinformationen, für wie viel mittlerweile so eine Nvidia H100-AI-GPU verkauft wird. Denn die ist um ganze 10% im Preis gefallen. Da denkt man jetzt so, ja gut, 10% sind halt 10%, weil alle auf Blackwell warten. Aber das sind erstmal locker flockige 55.000 Dollar, die da abgezogen wurden. Ja, denn die Dinger werden für 415.000 Dollar umgerechnet verkauft, pro Karte. Und das ist erstmal eine Ansage. Und jetzt, wo alle auf Blackwell warten, kosten sie nur noch 359.000 Dollar. In welche Dimension das gehen kann, ist schon der Wahnsinn. Und das wundert mich überhaupt nicht, dass die 4090-Karten da so beliebt waren, weil das dann wahrscheinlich die wesentlich günstigere Alternative waren. Die größten Firmen interessiert das natürlich nicht. Die versuchen natürlich alles aufzukaufen. Deswegen kann man wahrscheinlich auch so eine Preise machen. Aber ja, spannend zu sehen. Und ich bin mal gespannt, welche Schwarzmarktpreise denn Blackwell dort erreichen wird. Aber es gibt noch andere Preiserhöhungen. Und zwar hat ja Nvidia das Blackwell mit Wasserkühlung vorgestellt. Und das ist auch notwendig, denn diese GPUs können bis zu 1200 Watt ziehen. Ich gehe mal nicht davon aus, dass die Heim-PCs bis zu 1200 Watt ziehen können. Aber naja, die Dinger auf jeden Fall schon. Und momentan sind Wasserkühlungskomponenten im Servermarkt ausverkauft. Das heißt, das nächste Bottleneck entsteht gerade wieder. Obwohl Nvidia schon gesagt hat, mit den Chips soll es auf jeden Fall keine Lieferengpässe mehr geben. Aber wenn die nicht gekühlt werden können, dann ist das natürlich auch blöd. Und die Preise gehen gerade durch die Decke. Da gibt es jetzt keine genauen Zahlen. Aber das ist das nächste Marktsipment im PC, wo man wieder Mondpreise bezahlen darf. Wo man nicht mehr so hohe Mondpreise bezahlt, ist bei der RTX 4070. Und da gibt es jetzt die ersten Karten mit dem AD103-Chip. Der normalerweise auf der 4070 Ti super oder aber auf der 4080 verbaut ist. Der wurde natürlich kräftig beschnitten. Und zwar auf die Spezifikation der RTX 4070. Unter anderem mit 5888 Cores anstatt den besagten 10.240, die diese AD103 auf der 4080 super hat. Und damit ist diese GPU im Satte 42,5% beschnitten. Die ersten Karten, die davon aufgetaucht sind, sind die von MSI. Ich weiß nicht, ob das nur die Dritthersteller machen, um die Marge zu erhöhen. Oder aber ob diese Karten offiziell bzw. die Chips offiziell von Nvidia kommen. Aber eine Möglichkeit besteht ja, eventuell da noch was freizuschalten, wenn man auch nicht mehr alle Cores freischalten wird, weil die wahrscheinlich mit Laser gecuttet sind. Aber eventuell gibt es ja die Möglichkeit, die Dinger zu übertakten oder ähnliches, weil da nochmal ein paar mehr Reserven liegen. Übrigens, wo wir hier gerade von Downgrades reden, wo es keine Downgrades gibt, ist bei MyPC. Da habe ich ein paar PC-Konfigurationen zusammengestellt und einige interessante Sachen verbaut, die durchaus auch noch bezahlbar sind. MyPC bietet zwei Jahre Garantie, baut das ganze Ding komplett zusammen, eine Windows-Lizenz ist mit dabei und mit dem Code NERDOVERTECH bekommt ihr auch noch ein Mauspad obendrauf, wenn das mal nichts ist. Schaut gerne unten in den Link in der Beschreibung und jetzt machen wir weiter mit der News. Habt ihr eigentlich schon mal darüber nachgedacht, euch eine günstige RTX 4080 oder 4090 zu holen, dann solltet ihr jetzt aufpassen. Denn es gibt mal wieder so AliExpress-Angebote mit einer 4080 Mobile oder 4090 Mobile. Die sind normalerweise gar nicht für den Desktop-PC gedacht, aber werden teilweise von chinesischen Händlern umgelötet und dann als Karte verkauft. Große Problem an dem Ding ist nur, da sind einige DICE schon kaputt und richtig abgeranzt. Und dann könnt ihr die Dinger einfach nicht mehr verwenden. Passt da dringend auf, holt euch eine Karte vom Originalshop, auch wenn sie mehr kostet, auch wenn es immer verlockend ist, Geld zu sparen. Trotzdem macht das nicht. Und zu guter Letzt haben wir noch eine kleine News-Meldung, die ich auch bei dem NVIDIA-Event, wo ich war, betrachten durfte. NVIDIA RTX Remix bekommt nämlich jetzt DLSS 3.5 Ray Reconstruction Support. Und das ist eine gute Sache, denn Remix ist ja Open Source und jetzt wird Ray Reconstruction da ebenfalls mit eingeführt. Und damit macht NVIDIA wieder einen riesen Sprung gegenüber der Konkurrenz, denn das ist ein Feature, auf das will man bei Raytracing nicht mehr verzichten. So, die großen Hersteller sind durch, aber wir haben natürlich noch einige Ticker-Themen. Unter anderem zum Beispiel Asus hat das erste VivoBook Notebook mit Snapdragon X-CPU angekündigt. Also die Hersteller steigen jetzt schon voll auf den ARM-Zug ein und ich bin gespannt, welche Akkulaufzeit im Vergleich zum MacBook dann rausholbar ist unter einer Windows-Basis. Samsung verzehnfacht operativen Gewinn auch dank HBM. Und das ist nach Jahren der Verluste durch Speicher natürlich eine gute Sache. Im ersten Finanzquartal 2024 hat man 48,58 Milliarden Euro Umsatz gemacht und das ist schon mal eine richtig gute Sache. Das entspricht einem Plus von 12,8 Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres. Und man bereitet noch viele andere Sachen vor, unter anderem HBM 3e, 128 GB DDR5-Riegel und 64 TB SSDs für den Server-Support. Und damit wird Samsung endlich mal wieder zu dem, was es mal war und zwar zum Marktführer. Und ich denke mal, die ersten nativen PCI-Express 5 SSDs mit voller Auslastung sind dann auch von Samsung nicht mehr weit. Trotzdem haben wir aber auch noch ein paar andere interessante Themen, unter anderem im E-Bautobereich. Aber erstmal Mercedes-Benz, die steigen nämlich jetzt aus CarPlay aus, denn das neue CarPlay soll ja zum Beispiel den Mittelmonitor und die Tachoeinheit übernehmen können. Mercedes-Benz will das nicht und sagt, wir steigen jetzt aus da draus. Das heißt, in eurem Premium-Auto werdet ihr zukünftig wohl keine CarPlay-Funktion mehr haben. Und das, obwohl sie als Partner von Apple angekündigt wurden. Spannende Sache. Wahrscheinlich sind die Lizenzen einfach zu teuer. Aber wir kommen jetzt mal zu den E-Autos. Und ja, die Leute, die sich durchaus interessieren für E-Autos, die können jetzt gerne dranbleiben. Denn erstmal ist es ja momentan so ein kleiner Downer, der unterwegs ist. Alle reden das E-Auto tot und so weiter und so fort und die Gebrauchtwagen will keiner mehr haben. Und das ist auch ganz klar. Ja, Sixt und Herz, die steigen nämlich jetzt erstmal komplett aus den E-Autos aus, weil die zu viel Verlust machen. Weil die sind nach drei Jahren einfach durch. Weil die Entwicklung so rasant vorangeht. Und da gibt es jetzt den neuen Peak. Unter anderem hat nämlich Polestar einen Prototypen mit einem normalen Lithium-Ionen-Akku vorgestellt, der in zehn Minuten auflädt. Von zehn auf 80 Prozent. Der kann nämlich durchgehend mit 350 bis 300 Kilowatt laden. Das ist eine ganze, ganze Menge. Und damit ist die Diskussion mit den langen Ladezeiten eigentlich auch schon wieder fast obsolet. Denn vergleichen wir das einfach mal mit einer Tankstelle. Da fahrt ihr eine Tankstelle. Ihr stellt euch an. Das kann natürlich beim E-Auto fahren auch passieren. Aber dann kommt ja der nächste Punkt. Ihr habt halt noch einen Bezahlvorgang. Ihr müsst reingehen. Ihr müsst eventuell warten, bis die Leute ihre Zigaretten und ihr Essen gekauft haben. Dann könnt ihr bezahlen. Dann könnt ihr raus. Und da könntet ihr theoretisch schon fünf Minuten oder acht Minuten an der Ladesäule stehen und das Auto aktiv laden. Und wenn es wirklich in zehn auf 80 Prozent in zehn Minuten auflädt, so what? Und deswegen sind momentan die Gebrauchtwagen halt, will die keiner haben, weil es einfach eine alte Technologie ist. Und das haben wir jetzt innerhalb von zehn Jahren erreicht. Viel krasser ist aber Saig EMA6. Das ist ein Auto, was jetzt vorgestellt wurde in China mit einem Feststoffzellenakku. Das ist eine Technik, die haben wir schon öfter mal hier kurz besprochen. Aber das Ding bietet halt nur Vorteile. Erster Vorteil. Das Ding kann mit bis zu 400 Kilowatt geladen werden. Zweiter Vorteil. Das Ding ist 50 Prozent leichter als normale Akkus. Das heißt, auch hier kann man nochmal Reichweite rausholen. Und die Akkupacks werden kleiner. Dritter Vorteil. Das Ding hat einen 130 kW Stunden Akku, den man in zehn Minuten vollladen kann durch diese 400 Kilowatt Ladeleistung. Und der letzte Vorteil ist einfach über 1000 Kilometer Reichweite. Und dann wird es wirklich langsam eng für den Verbrenner. Und wenn man so eine Sachen sieht, dann sind die Leute natürlich jetzt momentan sehr zurückhaltend. Aber ich sage mal, wenn das wirklich kommt und in zwei bis drei Jahren dann auch hier komplett Serie ist, dann sind wir auf der Easy Seite. Und dann gibt es eigentlich bis auf Emotion keinen Grund mehr für einen Verbrenner. Natürlich kann man dann immer noch sagen, ey, ich gehe auf eine Rennveranstaltung, da will ich Verbrenner sehen und so. Ja, aber es wird natürlich wesentlich weniger CO2-Ausstoß. So, das war es dann mit der 1. Mai-Tech-News. Und ich hoffe, sie hat euch gefallen. Lasst gerne den Daumen nach oben da und ein Abo, falls es noch nicht geschehen. Empfehlt den Kanal weiter, damit wir auch noch wachsen. Und ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal und ciao.